Hallo, hier ist Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 15.01.2021, damit auch den Verfallstag für den Januar, den kleinen Verfallstag zumindest, und unser DAX, der hängt hier einfach noch fest, kann vielleicht verfallstagsgetrieben sein. Normalerweise löste sich eigentlich vor Verfallstagen immer am Donnerstag schon raus, aus den Situationen, in denen er festgeklemmt scheint. Aber hier fehlt irgendwie ein kleiner Stoß, ein kleiner Schubser. Wenn wir hier reingucken, was wollen wir mal erzählen? Das ist alles unverändert, außer dass wir jetzt mal ein bisschen an der 14.000 rumgeschnüffelt haben, das sah gar nicht so schlecht aus. Also da waren aber offenbar einfach zu viele dann lang reingegangen, sodass der Markt sich hier erstmal gesagt hat, weg damit. Hat sich ganz gut auf dem mittleren Band gehalten, das seht ihr hier. Aufwärtsgerichtet, steigende Hochs haben wir jetzt, wir haben steigende Tiefs. Könnte man sich jetzt vorstellen, dass er zum Freitag dann noch ein Stößchen probiert oben. Sieht zumindest gut aus. Genau, rücken wir mal alles ein bisschen nach hier. Ansonsten ist auf der Unterseite natürlich jetzt hier so kleines Vakuum entstanden halt. Das heißt, es ist relativ leicht, jetzt auch wieder zur 880 runterzudeppeln, wenn der hier unter, ich sag mal, 950, was ist das, 950, 940 hier abtaucht. Wäre das für den jetzt keine Kunst, hier auf die 880 zu stürzen. Ich würde fast vermuten, dass er dann ein Stückchen tiefer geht. Vielleicht 850. 850 vielleicht, das ist so die Zone, wo immer wieder gekauft wurde. Hier sieht man so, hier so. Ja und, was könnte ich mir vorstellen zum Freitag? Also eigentlich könnte ich mir gut vorstellen, dass er trotzdem ein Späßchen hier nach unten, jetzt nach oben das probiert. Tagesschluss 960, ich glaube, das hat man am Vortag auch. Ne, ein paar Punkte tiefer war es, 17 Punkte sind wir höher gewesen. Grundsätzlich recht stabil gewesen, über den Tag ja trotzdem. Also hat sich weitestgehend über der 960 gehalten. Das hat man ihm ja mitgegeben. Also, wenn wir zurückdenken, was haben wir gesagt? Haben wir gesagt, hier immer mal wieder über die 14, dann immer wieder auf die 960 zurück. 14, 960, dass das ruhig mehrfach hin und her geht und er dann abends hinten auftreten kann. Das auftreten, das fehlt noch, das ist oben raus. Vielleicht kommt es zum Freitag, vielleicht aber auch nicht. Es ist wie immer, wir wissen es nicht, was kommt. Und ich würde aber trotzdem oberhalb von 14.000, ich würde das nicht unversucht lassen. Also, wenn man keinen Long Bear drin hat, ich glaube, ich würde ihn probieren. Den kann man ja hier unten absichern, hier drunter legen und versuchen. Und wenn er umdreht, halt mal kurz, muss man wahrscheinlich einfach auch mal austoben lassen halt. Oder man klemmt sich das erstmal, bis der Verfall 13 Uhr rum ist. Das ist auch eine Option, eine legitime, dass man sich quasi aus dem Gefuchtel hier raushält. Das fällt momentan vielen schwer. Und da ist es meist hilfreich, wenn man nicht am nächsten Tag dann probiert, das Gleiche immer wieder zu machen halt. Also, die Leute, die am Dienstag gestöhnt haben sind, oder am Montag und am Dienstag gestöhnt haben, das sind, glaube ich, auch die, die jetzt am Donnerstag gestöhnt haben, genauso wie am Mittwoch. Also, oft hat eine Woche immer ein bestimmtes Bewegungsverhalten und Bewegungscharakter. Da muss man, sollte man auch ein bisschen für sich drauf achten, dass man vielleicht auch nach so einem Tag, der einem überhaupt nicht gelegen hat, dann vielleicht auch einfach mal einen Tag, zwei Tage Pause macht halt. Dass man nicht gleich am nächsten Tag dann da weiter drin rumfuchtelt. Das mache ich zumindest dasselbe auch so. Also, ja, ansonsten, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, den Tag, außer, dass er natürlich hier recht frech die 49 hier unten nochmal geholt hat. Das war ein bisschen unnötig, aber, naja, war ein bisschen absehbar, weil einfach zu viele auch oft so geil auf die 14.000 hier waren. Das hat man, das hat man auch bei unserem Chat gesehen, wie viele sich sicher waren, dass da über 14.000 weiter raussteigt. Und das ist immer so ein bisschen ein kleines Warnsignal. Ich glaube, das wird jetzt weicher, wenn er jetzt nochmal auf die 14.50 geht, auf die 14.50 geht, Stückchen zurückläuft. Ich glaube, dann hätte er schon gute Karten nochmal an die 14.90, 14.100 dran sein. Muss ein bisschen die Amerikaner am Blick haben, die sehen ein bisschen wackelig aus, wackelig. Sollten die natürlich jetzt Stress reinmachen. Ich habe hier diesen Raum bis 8.80, ne? Also so unter 9.50, unter 9.40, wenn der unten rumfuchtelt, das hätte es leicht, bis 8.80 wieder runterzufallen halt, ne? Also, das sollte man schon ein bisschen auf der Hut haben. So, und wenn er dann hier noch steht und dann abends wegkippt, dann sind wir wieder bei unseren zwei Kästchen, ne? Dafür ist es mir nicht dynamisch genug. Das würde ich auch gleich dazu sagen, definitiv nicht. Das müsste dynamischer sein, aber die Option steht dann halt im Raum, diese Streckenlänge nach unten zu strecken. Da sind wir wieder so bei Kurs 4.50, glaube ich, ne? So um den Dreh rum. Aber dafür muss dann die 8.80 auch nach unten per Stundenschluss fallen. Das bleibt nach wie vor so, genauso wie oben diese 14.000 halt. Eigentlich ein schöner Long-Trigger ist. Also, ich glaube, ich würde das schon probieren, wenn der jetzt auch zum Freitag über die 14.000 wieder raussteigt. Wie oft soll das denn noch machen, halt, ne? Also, ich meine, wir haben eine steigende Hoch- und Tieffolge. Es ist ja nicht so, dass es komplett seitwärts ist, was wir hier machen, ne? Es schiebt sich schon Stück für Stück immer weiter hoch, ja? Von daher bin ich eher ein bisschen positiv, auch wenn der Schluss nicht schön aussieht, auch wenn die Tageskatze rot ist, dann ist es trotzdem noch ein bisschen Gelegenheit nach oben da. Aber unter 9.50 für mich auch Risiko auf 8.80 recht zügig. Und unter 8.80 per Stundenschluss wird es, dann wird es richtig wackelig im DAX halt, ne? Also, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass wir den an der 7.70 sehen und gegebenenfalls auch an der 6.50. Das sind dann für mich so die wichtigen Marken. Okay? Gut, dann würde ich das jetzt hier zumachen. Tageskatzen können wir uns klemmen. Die kleinen Tageskatzen, dann brauchen wir uns so nicht die Gedanken drüber zu brechen, was das werden soll. Lassen wir einfach mal raus und denkt euch mal jetzt hier noch einen Pfeil, das würde ich nicht reinmachen. Das wird dann zu kleinteilig. Aber unter 8.80 sehe ich schon eher mehr ein bisschen Abwärtsrisiko, dieses Vakuum, was wir hier haben. Das könnte ich mir vorstellen, dass man das ausfüllt. Ja, und ansonsten kann ich dem nichts hinzufügen. Insofern, schönen Freitag, schönes Wochenende schon mal für die, die man nicht noch mal sieht und hört. Und viel Erfolg. Bis Sonntag dann. Tschüss.